Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Licht am Ende des Tunnels anzunehmen bei Obdago auf der Insel von Dorne an dieser Stelle. Vor Quests waren, du und ich nehmen Beute und Gesetze gelten für alle. Wir müssen jetzt die Tunnel suchen. Schaut mal, das ist so ein Tunnel. Natürlich sind auch Gegner in der Nähe und wir dürfen hier etwas benutzen. Und zwar haben wir ein Quest-Item mitbekommen. Das könnt ihr direkt von hier benutzen oder aber aus dem Inventar. Nennt sich explosive Stangen. Rechtsklicken und aufs Loch zielen und links klicken. Kaboom! In einem Kampf verwickelt. Pass. Und dann geht's zum nächsten Tunnel. Quest-Item benutzen. Auf den Tunnel zielen und links klicken. Und der letzte Tunnel ist hier. Da gibt's ein paar mehr Gegner, wie es aussieht. Und drei Stück, also wie beim ersten Tunnel. Quest-Item und zack! Quest ist bereit zur Abgabe. Juhu! Quest ist abzugeben bei Obdago auf der Insel von Dorne an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonniert-Knopf ein. Und in den Kommentaren gibt's den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wer wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!